Hey Caroline, ich saß an meinem Schreibtisch im Redaktionsbüro der Trojan Horrors über ein Rechercheprojekt gebeugt, als Mike, der Chefredakteur, zu mir trat. Chris ist krank, du musst sein Interview übernehmen. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück. Kein Problem. Jetzt, kurz vor Weihnachten, waren die schlimmsten Hausarbeiten schon abgegeben. Außerdem war ich meinem besten Freund und Lieblingskollegen noch einen Gefallen schuldig. Um wen geht's? Jeff Moreno. Ich runzelte die Stirn. Jeff wer? Moreno, wiederholte er. Aus dem Football-Team, ein Running Back. Ernsthaft? Ich bohrte mir die Rückseite meines Kugelschreibers in die Schläfe, doch der Name sagte mir immer noch nichts. Dabei kannte ich jeden Spiele, gezwungenermaßen. War er jemals auf dem Feld? Er wurde in dieser Saison an jedem Spiel eingesetzt, klärte er mich auf. Der Unterschied zu den anderen ist, dass er sich eher unter dem Radar bewegt. Er hat keine Social-Media-Konten und geht auf keine Partys. Wow. Er hat mich aufgelenkt und das Sport-Resort der Uni-Zeitung gegründet. Gleichzeitig führte er regelmäßig Kampagnen durch, um People of Color eine Plattform zu geben. Vermutlich nicht zuletzt, weil er selbst Afroamerikaner war. Wenn er sich etwas vornahm, klemmte er sich dahinter. Das einzige Problem war, dass er genau das auch von seinem Team erwartete. Aber ich hatte nicht vor, ihn zu enttäuschen. Wird erledigt, Boss. Perfekt. Ich gebe ihm Bescheid. Das Interview war für heute Nachmittag unmittelbar vor Jeffs Training angesetzt, weshalb wir uns auf dem Campus unserer Uni, der University of Southern California, trafen. Auf unserer Website fand ich die wichtigsten Rahmeninfos und Spielstatistiken über ihn. Außerdem waren dort zwei Fotos von ihm abgebildet. Ein großes, in voller Montur, auf dem er sich gerade mitten im Sprint befand, und ein kleineres Porträt mit einem roten Trojans-Anzug und Krawatte und einem netten Lächeln im Gesicht. Ich ertappte mich dabei, dass ich das zweite Foto etwas länger ansah, als ich müsste. Jeff hatte schwarze Haare, dichte Brauen und ein aufrichtiges, warmes Lächeln, zu dem sich nur selten jemand für ein Foto quälen konnte. In seinem Blick lag nicht derselbe arrogante Ausdruck wie in dem unseres Quarterbacks, der auf seinem Bild mit hocherhobenem Haupt in die Kamera starrte. Dagegen wirkte Jeff so, als hätte er einfach nur pure Freude am Leben. Er sah ganz nett aus, aber meiner Erfahrung nach konnte nett auch abgrundtief langweilig bedeuten. Nachdem ich Chris Unterlagen durchgesehen hatte, fühlte ich mich bestens vorbereitet. Die anderen Redakteure nannten mich inzwischen schon die Bohrmaschine, weil ich Chancen für gezielte Fragen witterte und so lange nachbohrte, bis ich eine brauchbare Antwort bekam. Der richtig große Coup war mir trotz meines Talents leider noch nicht gelungen, und ich bezweifelte, dass gerade Jeff Moreno etwas daran ändern würde. Los Angeles kannte selbst im Dezember keine Wintertemperaturen, weshalb ich weite Hotpants und eine weiße Bluse trug, durch die sich mein schwarzer BH deutlich abzeichnete. Meine blonde Wallemähne fiel mir locker über die Schultern. Das Make-up saß perfekt. Und auch wenn ich mir eine bessere Top-Story der Woche vorstellen konnte, war ich sowas von bereit für Jeff. Das Poppys, ein nettes Eiskaffee, befand sich direkt auf dem Unicampus. Weil sie einige Rabattaktionen für Studenten am Laufen hatten, war es eigentlich immer gut besucht. Gleichzeitig war die Atmosphäre so familiär, dass man sogar mit seinen Großeltern ohne schlechtes Gewissen herkommen könnte. Oder eben mit öden Interviewpartnern. Jeff Moreno wartete bereits an einem der Tische und stand auf, als sich das Café betrat. Zugegeben, es gab eigentlich keine Athleten, die nicht heiß aussahen. Selbst wenn sie rein äußerlich nicht gerade eine Zehn waren, verschaffte ihnen zumindest der Erfolg das gewisse Etwas. Doch jetzt, wo ich ihn live und in Farbe sah, kam Jeff der Zehn auch so schon ziemlich nahe. So nahe, dass ich mich fragte, warum er mir nicht schon früher aufgefallen war. Er war groß, wahrscheinlich um die 1,90 Meter, und trug ein weißes Shirt, das einen Kontrast zu seiner olivenfarbenen Haut herstellte. Dazu eine schwarze Lederjacke, die seine breiten Schultern betonte. Abgerundet wurde der Anblick von einer Goldkette mit einem kleinen, runden Anhänger, der irgendwie nach Aztekengold aussah, mit einem abstrakten Gesicht in der Mitte, das von unzähligen Symbolen wie Blumen und Wolken umrahmt wurde. Er hatte seine schwarzen Haare locker nach hinten gegählt und seinen Kinn glatt rasiert. Als ich mich ihm näherte, überraschte es mich, dass mir keine Wolke Aftershave entgegenkam. Du musst mein Date sein, begrüßte er mich mit einem schiefen Grinsen. Etwas angenehmes Raues lag in seiner Stimme. Hi. Ich schenkte ihm mein strahlendstes Lächeln. Caroline Jenkins vom Trojan Horse. Jeff Moreno. Wir schüttelten einander kurz die Hand. Seine fühlte sich warm und unerwartet weich an. Und er nickte in Richtung des Tisches. Auf seiner Seite lag eine wuchtige Sporttasche auf der Bank. Wollen wir? Sehr gern. Er setzte sich zurück auf seinen Platz, während ich mich ihm gegenüber niederließ. Schön, dass du dir den Termin freischaufeln konntest. Ich stockte. Du hast keine eifersüchtige Freundin, die uns hier auflauern könnte, oder? Fragte ich vorsichtshalber, weil ich nach nur zwei Jahren im Geschäft schon alles erlebt hatte. Und weil ich neugierig war. Jeff lächelte. Nein, erwiderte er. Keine Freundin. Ich bestellte einen Cappuccino und er einen schwarzen Kaffee. Manche Interviewpartner nutzten es aus, dass die Unizeitung die Bewirtungskosten für sie übernahm und orderten einen Milkshake nach dem anderen. Aber Jeff war wohl nicht danach, unser begrenztes Budget auszubeuten. Als die Getränke gebracht wurden, legte ich mein Handy vor mich auf den Tisch und öffnete meine Memo-App. Darf ich? Klar. Wahrscheinlich könnte ich die Aufnahme nach dem Interview sofort wieder löschen, weil sich sowieso nichts Spannendes ergeben hatte. Schnarch. Nachdem ich Chris Notizen gesichtet hatte, hatte ich beschlossen, seinen Gesprächseinstieg zu übernehmen. Jeff, für die USC Trojans und dich geht es gerade steil bergauf. Du hast im letzten Spiel zwei phänomenale Touchdowns erzielt und… Er hob die Brauen. Du warst dort? Fragte er, fragte er interessiert. Natürlich. Ich reckte das Kinn. Ich komme zu jedem Spiel. Weshalb es mich umso mehr überraschte, dass mir vorhin nur seine Rückennummer, die 26 und nicht sein Name bekannt vorgekommen war. Mein Vater hatte sich schon immer einen Sohn gewünscht, der seine Sportleidenschaft teilte. Als ich dann auf die Welt gekommen war, hatte er es sich dennoch nicht nehmen lassen, mich von klein auf zu allen möglichen Sportveranstaltungen mitzunehmen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er es nicht getan hätte, hätte er gewusst, dass er eine Liebe zum Sport in mir entfachen würde, die mich über zehn Jahre später dazu brachte, mich für Journalismus und nicht für BWL einzuschreiben. Eine Entscheidung, die mir meine Eltern immer noch nicht verziehen hatten. Das wurde mir immer wieder schmerzlich bewusst, wenn ich einmal mehr vergeblich versuchte, auf mein altes Bankkonto zuzugreifen. Sie hatten es pünktlich zum ersten Semester gesperrt. Jedenfalls, holte ich nochmal aus, habt ihr mit 14 zu 28 gewonnen und euch damit für das Pac-12-Meisterschaftsspiel im Januar qualifiziert. Für Senior-Year-Studenten wie Jeff war das der vielleicht wichtigste Termin überhaupt, weil einige Football-Scouts vor Ort sein würden, um die besten Spieler von der Uni zu rekrutieren. Die Aftergame-Party muss legendär gewesen sein, oder? fragte ich zaghaft. Kann ich dir leider nichts sagen. Er nahm seine Tasse und nippte am Kaffee. Ich war nicht da. Richtig, erwiderte ich, als wäre mir das Offensichtliche gerade erst wieder eingefallen. Nein. Was hat dich dazu gebracht, den spaßigsten Teil der Veranstaltung zu schwänzen? Er runzelte die Stirn. Habe ich das? gab er zurück. Seit wann gehört der Sport denn nicht zum spaßigen Teil? Ich verdrehte die Augen. Du weißt, was ich meine. Bei den letzten Sportpartys hat man dich jedenfalls vergeblich gesucht. Ich hob eine Braue. Wie findet dein Team das eigentlich? Arbeitet ihr gut zusammen? Die Zusammenarbeit klappt wunderbar, antwortete er gelassen. Doch ich hatte das Gefühl, dass ich auf der richtigen Fährte war. Und verstehst du dich sonst gut mit ihnen? Jeff seufzte, als wüsste er, worauf ich hinaus wollte. Es ist mir egal, ob die anderen mich mögen oder nicht. Hauptsache, ich spiele gut. Ich nickte bedächtig. Also ist der Erfolg wichtiger als Freundschaft. Nichts ist wichtiger als wahre Freunde. Und von denen hat man als Sportler leider nicht viele. Er lehnte sich zurück und stützte sich mit einem Arm an der Rückenlehne der Bank ab. Was ist mit dir? Fragte er plötzlich. Ich geschaffte, als in der Rückenlehne der Bank ab. Ich schaffte sich mit einer Rückenlehne. Ich schaffte dich dann mit dir. Ich schaffte dich nachher.